ja sie kommt schon wieder unternehmen muss ich könnte eigentlich unter springen jetzt nicht ganz so dass wir haben der unterstrengt welche die heim mit dessen auch und weil es nicht nur alles jetzt auch wenn er in der Sitzung kriegt es nicht mehr hat es jetzt wieder gehalten das ist nicht wo bist du hier ein heißer Schammer die Warte ich habe ja ich bin SP Hä? Warte, kann ich nicht heilen? Ja, backst du manchmal. LOL! Sorry, hab ich grad mit der Wasserflasche geschlagen. Hä? Wann geht das nicht? Geht nicht. Hä? 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 Ha, wie geil das war, garagebar. So, man agieren, man agieren, man agiert, man agiert auf Wasserflasche. Leute, ist ein Pilz. Hast du nicht noch ne Hau? Ja, hab ich. Uh, bringt nichts. Zwischen Pilz mit dem, den ich sofort wieder wegwerfe. Kannst du nur ein Pilz wegwerfen. Ein Pilz hat auch Gefühle. ne? Weil wohl müssen wir nochmal? Minus 600, Minus 1600 bei Zett, ne? Ja, Minus 1600, äh, 50. Ne, ja doch, 1685. Wir müssen in die Richtung locker. Ah, ne, in die Richtung, aber. hier in die. So. Schräg. Ja. 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 Ich hoffe. Wenn das mehr als zwei sind, äh, lass ausloggen, weil, ähm, auf Eis kann ich nicht kämpfen. Es leckt irgendwie. Mehr als zwei auf jeden Fall. Wenn, äh, ich würde sagen, wenn das zwei sind, dann, ich weiß nicht, ob dann ausloggen oder nicht ausloggen? Weil, dann ist quasi zwei gegen eins. Ja, 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 nicht in schlecht. Ja, weil ich bin auf Eis richtig unfähig. Inkompetent. Wenn nur einer ist, dann kannst du den ja falten und ich kann vielleicht ne Granat ranwerfen, oder? Ja, ja. Kiel am besten ist mit einem verdammerten Bogen spannend. Wir sind gleich da, oder? Ja, wir sind jetzt gleich da. Komm, wohne muss es sein. Ja, wir sind da. Es ist das, dass wir vorgehen. Ja, wir sind aufgehört. Ja, wir sind jetzt aufgehört. Trinkner füllen. Ja, erstmal gucken, ob P jemand ist. Trinkner füllen. Nee, hier ist keiner. Nee. Warte, ich fülle eben Trinken auf. Habe ich schon. Äh, Scheißstuhl. Knarzt, knarzt, krr, äh. Apfel. War in Palustra hier wie die Spawnway von Zombies High? Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Es sind voll viele Kisten, noch nicht gespawnt. Es sind voll viele Kisten, noch nicht gespawnt. Hast du noch Platz im Inventar? Na, ich kann Apfel wegwerfen. Ah, nee, die kann ich jetzt essen. Dann esse ich die Melone hier auch hin. Siehst du? Denn jetzt kann ich so Äpfel und sowas, weil ich finde und ich brauche. Ich hoffe, die, ey. Hast du noch Kakaobon? Hör, Kakaobon, ne. Hab ich voll, da hab ich jetzt nicht weggeworfen. Nein. Weiß ich noch ein Weed finden. Oh, zwei Weed noch. Nice. Ey, komm da, aber kein Brot machen soll, jetzt warten wir auf Kakaobon. Ich hab Kakaobon ein. Dies ist in der Truhe. Was wär ich denn dafür weg jetzt am besten? Ah, ich will Pallas Eisenschwert. Oh, leid. Oh, scheiße. Was denn? Ich hab gerade gemerkt, ich hatte noch einen Inventarslot und ich hatte meine Schuhe einfach nicht angezogen. Boah. Richtig schlau. Was hast du jetzt gemacht? Hm? Meine Schuhe angezogen. Nee, warum war das jetzt so dumm so? Hä? Ja, weil ich jetzt ein Schwert repaired hab, das eigentlich nicht so nötig war. Boah. Und ich hatte aber die Schuhe noch im Inventar. Ich hab sie mir geben müssen. Ja, nein. Das schmeiß ich lieber weg. Ähm. Apfel, Kakaobone, Malz. Gib mir hin, die ich kann nicht so nötig was. Ne, weil hast du jetzt Kakao, hast du jetzt schon gekauftet? Äh, nee, noch nicht. Da drüben wir mal kauft den Menschen. Ja, ich weiß, da muss ich erstmal hin. Häse. Wie viel, wie viel Sex, Kakaobone, ne? Ja. Das war auch noch ein Warten, komm, du hast ja schon ein Beat, wie, noch. Und eigentlich Kakaobone. Ja. Ich hab's auch nichts. Hab's doch so meins dauernd, im Palus, da sind voll viele. Jetzt sind wir schon zweimal hier gewesen und niemand so da. Ja, manchmal sind hier gar keine, manchmal sind wir viel. Knopf. Knopf. Mitnehmen auch wenig. Nee, ich weiß nicht. Ja. Anni, hier warst du schon. Häse, wann gehst du denn jetzt in den Motorzeiger sind? In meine Richtung. Also, im Gegenurzeiger sind. Das ist meine Richtung. Ach keine Ahnung Du Richtungswechsler Ich find das geil weil die Kisten respawn einfach nur indem man rumgeht Fick dich Das war ich nicht Nein Ich hab' den Knopf gefunden Yeah Schon wieder? Ja und ein Weed Was? Zweite Seko, ich krieg' ich aber oder? Nein Ich wollte die Angst sein, ja ich hätte wetten können, dass der jetzt gleich sag so Sneak, jetzt hat jemand geschossen Also hätte ich wetten können Ne, ich hab ja X-Ray, ich sehe das ja Alter noch ein Knopf Hauptsache letztes Jahr haben wir irgendwann mal nach dem Knopf gesucht So richtig lange Knöpfe gesucht, sondern Ah ja, in Dingen zwar das, wo war das nochmal? Hafenstadt, Kami Nein, die wollte ich auch, ich dachte sehr wenig da Was war drin? Ein Apfel und Kakaobon Kakaobon Kakaobon, yay Okay, ich crafte mir jetzt noch ein Stack und dann kriegst du den nächsten Stack Wie viel hast du dann? Hey, ich hab jetzt aber nur 6 und 4 Ja Unfair Apfel, äh Nimm's denn nicht Apfel? Nein Nein Ich hab noch einen Apfel im Moment, den werde ich dann wünscht, der Kugel ist auf jeden Fall wegwerfen Ah, ich nehme nur einfach mit, ich hab noch genug Platz Achso Pilz Browner Pulse Browner Pulse Browner Pulse Tch Zombie Ich hab ne Hoh gefunden Alter, hier liegen jetzt zwei Knöpfe rum Hab ich mich gefunden Nice Hast du noch Plätze im Moment? Alter Ich hab keine Apfel wegwerfen Ja, mach mal bitte Hast du noch Kakaobon? Musst du noch Apfel wegwerfen? Ich hab aber nur ein Hier Dann wär's noch irgendwas anderes weg Hm 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 Granate, ich hab vier Granaten Ja, eine weg Okay Richtungswechsler Ha Ich hab mich Sag mir jetzt noch zwei Stecks oder noch ein Steck suchen Cookies Zwei 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 Okay Da liegen zwei Knöpfe, eine Hoh, eine Schaufel, ein Steinschwert und zwei leeren Wasserflaschen rum Genre Oh, rottenflash Neeein Zombie, zombie hinter dir Hallo Oder so weg Hallo Hallo, Hallo 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 ... Oh, jetzt datot Hallo, zombie Hallo, zombie Leute Ich mach grad Balletten den zombie Hiiii Leute, wie tief das hier runtergeht. Siehst du das? Alter, stimmt. Minusens sechs oder sieben Blöcke. Ich glaube, da unten ist noch irgendeine Untergrundstadt. Nein, das ist nur Wasser. Hört mal die Glocken. Soll ich Fenster zu machen? Ist mir egal. Ja, mach jetzt eben. Was ich lote noch durch die Kiste. Das ist ja nicht vertraglich geregelt. Tja, jetzt kann ich die Zeit exotöten. Und er hört es nicht. Er hört es nicht. Was? Ich habe nicht gesagt. Okay. Ja, ich habe nicht gehört, dass ich ihn töten will. Was? Nicht gesagt. Melone. Er hat Melone gesagt. Ich habe einen neuen Server, der die... Ich bin Christian. Der sich bestimmt interessiert. Äh. Alter. Alter. Ich habe einen neuen Server, der dich bestimmt interessiert. HiveM... Warte. EU. HiveMC.com Ehrlich jetzt? Das ist ja das sein Server, oder wie? Nein. Weiß ich nicht. Voll der Mongo ohne Witz. Denke ich kenne den nicht. Nein, es gibt ja. Kommst du mir. Ja, warte. Wartbombi. Ey, hier sind zwei Zombies. Wollen beide mit einem Ballett tanzen. Voll nett, komm ich. Ja. Gut. Schreibt er gut, ey. Das war mir auf kurz auf beschäftigt, oder? Das nervt. Auch die Zuschauer nervt. Warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Komm, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, besuch. Komm, einfach so lange rum, bis du mich siehst. Dann hast du ein Steckupen, ne? Äh, die habe ich. Also ein Steckupen, meine ich, ja. Da ist sie nicht da hinten. Boah. Muss noch ein bisschen weitergehen. Okay. Äh. No Shotball XP. Ich kriege Shotball XP manchmal und manchmal nicht. Warte, ich muss doch heute die Zombie töten. Ich will mir auch ein Dackchen. Hallo. Tschüss. Hier wird schon fast so das, also ich habe jetzt 159 Zombies, die im Leben geprägt, seit ich Prämier war. Hier, 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 hier. Da drin ist das. Es ist schon diesbord. Also die Kiste ist diesbord. Ja, die Kiste ist diesbord. Ja, die Kiste habe ich kaputt gemacht. Oh, Kisten. Mörder. Da gibt es einen Fall in Kinderkopf. Okay, das war unnötig, jetzt was zu essen. Loll? Was? Also ich dachte, da wären ein Zombie mit, äh, nahfach zauberten Lederkappe. Aber es war nur ein Zombie, der im Baum stand und deswegen so rot war, weil er damit bekommen hat. Okay. Hey. Hey. Ich werde aber, ich werde aber schon ziemlich viel dazu, um ein Zombie, der gerade Schaden kriegt, damit zu verwechseln, dann hat er mit der Trauer der Leberkappe, der ist viel gelohnt. Warte. Wie viele? Ah, drei waren drin. Da ist noch einer. Ja, ich muss so ein bisschen fressen. Ja, das ist so ein bisschen fressen. Ah, das ist so ein bisschen fressen. Aus dem Maul, hahaha. Ich nehme gerade auf, Christian. Ich höre von Zombie. Ja, das ist so ein bisschen fressen. Also, ich sehe. Vielen Dank.